Als ich bei Ashley Madison Mitglied wurde, war ich mit meiner Frau glücklich. Ich war fast sechs Jahre verheiratet, aber eine Ehe zu führen ist auch belastend. Wir sind alle gestresst von der Arbeit, haben Kinder und wir kommunizieren nicht so wichtig. Wir verbringen nicht wirklich Zeit miteinander. Wir erfahren wenig über den Tag des Anderen und das verursacht Stress in der Beziehung. Und der Sex, das Sexleben kann manchmal etwas langweilig werden, wenn man 20, 30 Jahre lang mit derselben Person zusammen ist. Manchmal braucht man ein bisschen frischen Wind. Da gab es eine Frau auf Ashley Madison, die war richtig hübsch. Ich hätte nicht gedacht, dass sie an mir interessiert wäre. Doch sie meldete sich und wir fingen an zu reden. Manchmal hat man sogar durch E-Mail seine Verbindung zu jemandem. Da macht es Klick und man versteht sich irgendwie. Wir verabredeten uns in einem Park in ihrer Nähe. Ich fuhr hin. Es war spannend. Ich wusste nicht, wie es laufen würde. Ich erinnere mich, dass ich sie schon von Weitem sah und ich war froh, dass sie gekommen war. Wir haben geplaudert, fingen ziemlich schnell an, uns zu küssen. Ich fragte sie, ob wir uns ein Zimmer nehmen sollten und sie sagte ja. Es gab eine Anziehung zwischen uns. Und dann ließen wir die Dinge laufen. Und dann ließen wir die Dinge laufen. Und dann ließen wir die Dinge laufen.